Ich habe heute eine Band eingeladen, die ihr vielleicht zu eurem Kindergeburtstag spielen lasst. Slipknot, welcome to the show. Und die Guys machen immer ja auf Hüt. Aber in Wirklichkeit trinken sie ja nicht. I can stop it, it's no problem. What are you going to do with it? Okay, habe ich selbst gebacken natürlich? Ja, und äh... Das sind eigentlich nette junge Männer. Und ich bin hier, um vielleicht zu re-sozialisieren. Oh, oh, ah, hey, ah. Was er denn, was gefällt mir? I'm sorry, I'm sorry. Oh, really? I heard you guys usually wear masks. Why not today? Why not today? Is it true that you don't have, like, names? You have numbers. You have numbers? So, uh... What is your number? Two. Two. The sex drill and... Yeah, I'm kind of an emotional guy when it comes to that. Put your foot through it, clown. I say, the young people are so nice. He's gonna entertain himself like that for a while. Is it a whole time? Like a hotel room? He breaks shit all the fucking time. You might wanna watch shards of glass flying into your coffee. Wait, 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 wait. Wir sprechen gleich noch weiter über die neue Übersetzung des Knigges. Und haben dann noch den Christian wunderlich gelernt. Der hat er leider noch nichts zu zerstören. Ich gehe davon aus, dass es gleich passieren wird. Sie haben Pinke ein bisschen auf den Anzug gekleckert, aber sonst ist es okay. Ich sage immer, die jungen Leute sind so nett. Bring down the wall! Liebe Eltern, wir sind der Sender, äh, der... ...da euren Kindern Spaß macht. Sie sollten mal über ihre Erziehung nachdenken. You're too fast for me. You've finally ate the clown's piss, right on. Good job. You're doing it? Yeah, yeah. How's your face? I fought him in the mask before you took it off. Huh? I farted in your mask before you took it off. I know you didn't see it. I know you didn't see it. Hold on, hold on. Hey, you got that one, Clay. Was ihr nicht wisst, ist... Das ist natürlich eine ganz kleine Band. Sie müssen das alles natürlich am Schluss wieder aufräumen. So you're the least aggressive guy in that, or you're just... ...you're just in the mood today? I break shit all the time. Because right now, I guess I'm not at peace. You're gonna answer questions first. Yeah. That's it. Jesus Christ. Try out the aggression that is in you every day. Thank you, Clown. And now I break something as well. Aye! Yes! Yeah! I said hashtag